Erzengel Michael begegnet mir in der Aura der Menschen ganz oft während persönlicher Engelbotschaften. Wenn ich sein wunderschönes, feuriges, rotes Licht in deiner Aura sehe, dann weiß ich, in dieser Lebensphase geht es bei dir um die Durchsetzung. Und empfehle dir von ganzem Herzen, gerade in herausfordernden Zeiten, niemals zu vergessen, dass du nie alleine bist, sondern sich umso mehr an deine eigenen Bedürfnisse zu erinnern und mit aller Kraft mutig für sie auch einzustehen. Mit folgendem Gebet kannst du dich ganz bewusst mit Erzengel Michael dich verbunden fühlen, beschützt und gestärkt. Lieber Erzengel Michael, ich bitte um Schutz und Kraft. Was in Liebe ist, möge den Weg zu mir finden. Was nicht in Liebe ist, möge seinen eigenen Weg gehen. Ich bin in Liebe und beschützt. Was ist, möge den Weg zu mir? Vielen Dank.